Hallo, heute möchte ich euch erklären, wie man schriftlich addiert ohne Zehnerübergang. Das hier ist Lukas. Lukas wünscht sich zum Geburtstag eine Spielekonsole und einen Fernseher. Die Spielekonsole kostet 444 Euro und der Fernseher 354 Euro. Das hier sind Lukas' Eltern. Er darf sich ein Geschenk für höchstens 800 Euro aussuchen. Lukas möchte jetzt herausfinden, ob beide Beträge zusammen weniger als 800 Euro ergeben. Dazu verwendet er eine Stellenwerttafel, in die er die Einer, Zehner und Hunderte einträgt. Nun überträgt er beide Beträge in die Stellenwerttafel. Als erstes addiert er nun die Einer. 4 plus 4 gleich 8. Das Ergebnis trägt er ebenfalls in die Stellenwerttafel ein. Als nächstes sind die Zehner dran. 4 plus 5 gleich 9. Das Ergebnis trägt er nun wieder in die Stellenwerttafel ein. Als letztes werden die Hunderte addiert. 4 plus 3 gleich 7. Das Ergebnis wird wieder in die Stellenwerttafel eingetragen. Wir lesen jetzt aus der Stellenwerttafel unser Ergebnis ab. Das Ergebnis ist 798. Wir haben also jetzt den Preis der Spielekonsole und den Preis des Fernsehers addiert. 798 Euro sind weniger als die 800 Euro, die die Eltern als Obergrenze ausgegeben haben. Wir fassen zusammen. Die Beträge der Spielekonsole und des Fernsehers werden in die Stellenwerttafel eingetragen. Einer, Zehner und Hunderter werden einzeln addiert und das Ergebnis wird ebenfalls in die Stellenwerttafel eingetragen. Die letzte Bemerkung dieta 4. Sch sheet 8. 40. 41. 41. 40.